Goki, Tindras, alles klar? Ja, ich bin langsam zur Gewohnheit mit den Wocken. Perry Roden und Lenny Hestes. Lenny, Hestes hier? Carlton Morkena fliegt durch den hinteren Ausgang von Biotop 1. Verstanden, ich schicke jemanden vorbei. Perry, er hat Tysha mitgenommen. Ja, ich frag mich warum. Sie sind in einer Space-Z entkommen. Was? War an Luftschleuse 4-2 angedockt. Das hat aus irgendeinem Grund keiner mitbekommen. Den Grund kann ich dir genau sagen. Das ganze verdammte Chaos hier. So viel Blut. So viel Sterben. Trotzdem hätten wir die Annäherung bemerken müssen. Nicht, wenn sie jemand reingelassen hat. Von innen. Tysha. Wie dem auch sei, alle Schleusen wurden geprüft. Und sämtliche Sicherheitslücken geschlossen. Und der Bote? Immer noch keine Spur. Müssen die Splitter des Vitalenergiespeichers wegbringen. Das kann ich machen.